Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update mit Neuigkeiten zu einer neuen Batteriefabrik, die passieren könnte, den Tesla Semi. Und dann schauen wir noch um weitere Nachrichten, nämlich die Zahlen aus China. Da gibt es erste Aufstellungen, wie sich auch die Konkurrenz getan hat und geschlagen hat. Aber als erstes starten wir hier mit dem Thema Quebec ganz oben rechts. Dann haben wir ja einmal Texas unten, dann Nevada und in Kalifornien habe ich euch auch noch einen roten Punkt hingemacht für die Fabriken. Ich habe jetzt mal die Fabrik für die Solardächer und ignoriert in New York grundsätzlich. Aber hier möchte ich euch einen Überblick geben, dass ihr seht, warum strategisch gesehen in Quebec oben es gar nicht mal so schlecht ist, für Tesla hier eine Batterieproduktion stattfinden zu lassen. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass Quebec als Bundesstaat in Kanada entschieden hat, ganz viel Geld in die Batterietechnologien und Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, zu investieren. Und Tesla scheint hier schon Meetings gehabt zu haben mit der lokalen Regierung und es würde sich dann ja anbieten, dort oben, wo ja auch nun all die Rohstoffe sind, die für Batterien nötig sind, eine Batterieproduktion zu starten. Jetzt muss man sich natürlich fragen, na gut, hier kommt Austin, da gibt es eine Batterieproduktion, dann haben wir Nevada mit einer Batterieproduktion mit Panasonic. Aber grundsätzlich gibt es genug Bedarf, denn wir wissen, dass die neuen Batteriezellen in Austin sicherlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt reichen werden. Aber auch hier wird es noch sehr viel Potenzial und sehr viel mehr Batterien brauchen. Genauso wie in der Expansion, die wir ja in Fremont sehen werden und natürlich auch im Powerwall-Segment und Megapacks-Segment gibt es hier sehr viel Potenzial, um noch weitere Batterien zu haben. Das heißt, eine Batterieproduktion, in welcher Größe, wissen wir noch nicht, könnte also hier in Kanada passieren. Und das sind doch schon mal wieder sehr gute Nachrichten. Wir müssen einfach hier abwarten, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Wir wissen aber, dass ja Tesla hier immer für eine Überraschung gut ist und ihr hört es hier zum ersten Mal. Dann entsprechend der Tesla SEMA, ein Produkt, wo wir natürlich alle ein bisschen den Kopf schütteln können, dass es eben halt so ewig lange braucht. Wir wissen aber, dass es am Endeffekt an der großen Batterie und der großen Menge an Batteriezellen, die auch gebraucht wird, für diesen Tesla SEMA liegt, dass es heute noch nicht produziert worden ist. Jetzt ist es nochmal als Update so, dass wir ja eine kleine Produktion in Nevada neben der Giga Nevada haben. Und diese Produktion wird wohl auch weiter laufen. Es ist so, dass wir wissen, dass Tesla innerhalb des Tesla-Universums, also in den Lieferketten zwischen Fremont und aber auch Nevada, den Tesla SEMA schon einsetzt, um ihn zu testen. Jetzt soll es so sein, dass der Pepsi CEO hat das nämlich bei CNBC mitgeteilt, dass dieses Quartal noch die ersten Tesla SEMA ausgeliefert werden und zwar an Pepsi. Inwieweit das jetzt hier auch wiederum eine Testphase ist und Tesla sich das Produkt selber noch anschaut und es beobachtet, wie sich das Auto verhält, das wissen wir nicht. Aber es scheint so, dass hier der CEO von Pepsi volle Überzeugung hat, dass er im vierten Quartal noch die ersten Tesla SEMA bekommen wird. Dazu wird natürlich dann auch eine Infrastruktur der Mega-Charger ausgebaut werden, die wir ja schon in Nevada gesehen haben. Und natürlich wird es auch diese am Standort von Pepsi geben. Das ist etwas, was Tesla hier anscheinend mit den Unternehmen, die sich für den Tesla SEMA in größerer Stückzahl entscheiden, dass sie da auch dann mit den Mega-Chargern eine Zusammenarbeit machen, was ja natürlich viel Sinn macht. Also das sind auch sehr gute Nachrichten. Bleiben wir aber hier mal vorsichtig, wie sich das noch entwickelt, ob die Aussagen hier auch stimmen. Dann schauen wir mal in das Verkaufsvolumen für das letzte Jahr. Wir sehen hier in China das Volumen vom letzten Jahr und dann natürlich von diesem Jahr und können einfach mal sagen, das Model 3 und das Model Y in China, weil die Zahlen sind nur für China, sind wirklich oben dabei. Jetzt nehmen wir mal den Kleinwagen oben einfach mal raus, weil es vom Volumen her einfach nicht vergleichbar ist. Da schlägt sich doch Tesla schon sehr, sehr gut im chinesischen Markt. Hier haben wir einmal den High-End SUV-Markt, der gerne in China bewertet wird und deswegen ist das Model 3 auch nicht dabei. Und wir sehen, dass jetzt schon im Oktober das Model Y in China führt vor dem Mercedes-Benz GLC. Der BMW X3 tatsächlich schlägt sich gar nicht so schlecht in China immer in den Top-Positionen. Aber wenn man den Vergleich zum letzten Jahr zieht, sind hier auch die Verkäufe bei allen anderen Unternehmen rückläufig. Das ist natürlich jetzt mal die Frage, wann solch ein Punkt irgendwann mal für Tesla in China einsetzen wird. Und ob das überhaupt in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, dass mal die Verkäufe übers Jahr gesehen rückläufig sein werden. Als nächstes, was noch sehr interessant ist, weil wir wissen, dass Tesla ja auch in den Markt hier in Deutschland hineingeht, ist noch das Thema Energie. Und zwar jetzt ist ein bisschen Humor gefragt dabei, beziehungsweise es ist natürlich schon wirklich traurig. Tesla darf bis jetzt noch nicht offiziell in Texas Autos direkt an die Kunden verkaufen, aufgrund der Autohändler, die hier solch eine starke Autolobby haben. Da gibt es noch keine Gesetzesänderungen bis heute, von denen ich gehört habe. Aber Tesla darf Energie offiziell jetzt an die Kunden in Texas verkaufen, was sie ja nun hier auch machen in Partnerschaft mit einem britischen Energieunternehmen. Ich glaube aber auch, dass Tesla hier in Deutschland zumindest noch sehr viel Arbeit vor sich hat, um hier die Kunden von einem günstigen Stromtarif zu überzeugen. Grundsätzlich gibt es da aber auch noch sehr viel Potenzial. Es ist einfach nur ein Witz, wenn man sich bedenkt, dass Tesla die Autos noch nicht direkt verkaufen darf in Texas, aber entsprechend als Energieunternehmen auftreten darf. Für die, die das nicht wissen, in der Theorie und in der Praxis müsste, wenn sich das nicht ändert, Tesla Autos aus dem Bundesstaat Texas rausschicken, dort dem Kunden übergeben und dann darf der Kunde mit seinem neuen Tesla, welches in Texas produziert worden ist, wieder nach Texas reinfahren. Es ist ein, vom bürokratischen Aufwand ein Beispiel, dass es nicht nur uns hier in Deutschland immer so frustriert, sondern dass es in Amerika in dem Punkt einer der vielen Steine ist, die Tesla in den Weg gelegt wird. Und ich hoffe, dass sowas in der Art zumindest nicht noch in Deutschland kommt. Das wäre katastrophal. Aber da haben wir ja zum Glück in dem Falle nichts. Als letztes noch, wo wir hier gerade nach Grünheide schauen und da noch ein paar Beispielauto direkt vor unserer Nase sehen, ist es so, dass Elon Musk anscheinend in Texas hier auch noch weiter sein Lebensbereich ausbaut. Er hat wohl sehr, sehr viel Land gekauft. Also warten wir mal ab, ob er das für Tesla nutzt oder privat nutzt. Und ja, dementsprechend freue ich mich, dass du wieder dabei warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis dann.